Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur nächsten Cyclingrunde. Heute wieder mit mir, Matthias hat ja schon eine Runde die Woche geschwitzt. Ein paar wenigen Sekunden geht es schon los. Wir rollen uns dann locker warmer auf der 2 oder auf der 1. Und dann lasst ihr euch überraschen. Nicht ganz unbekannt. Gut, dann geht's los. Rechtses Gegengewicht. Schultern tief, Elbe oben locker. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das waren die ersten drei Minuten zum Warmwerden. Wir legen ein wenig Gewicht nach. Dann kommen die immer noch zwischendurch aus dem Sattel. Vom Ende des Warm-Ups bauen wir ausnahmsweise auch schon ein paar Liegestütze ein. Vom Ende des Warm-Ups bauen wir ausnahmsweise auch schon ein paar Liegestütze ein. Links, 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 links. Wir kommen aus dem Sattel, hoch auf die zwei, eins links, eins links, eins links, eins links. Wir kommen aus dem Sattel. Wir kommen aus dem Sattel. Sattel, hoch auf die zwei, eins links, eins links, eins links, eins links. Sattel. 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 Wir wechseln auf die drei. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Gluck und Liegestütz. Vier, drei, zwei, eins und los. Tief, 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 tief. Z 개� wont, spur, hoch. Tief, 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 tief. Z-test, 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 z-test. Locker. Zweig. Langsam tief, lösen, gut, das war zum Aufwärmen, ein erster leichter Berg. Hier bauen wir zwischendurch ein paar Jumps ein, und fixieren auch schon mal das erste Mal den Oberkörper, recht schlinks, 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 Kommen gleich hoch, auf die drei, und hoch, Oberkörper fest, lösen, auf die zwei, eins links, eins links, eins links, eins links, go, keep, go, keep, go, Auf die drei nochmal fest. Lösen, auf die zwei, tief, hoch, 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 bleibt tief, langsam lösen. Gut, wir fahren jetzt einen Berg im Sitzen, fünf Minuten, wir erhöhen zwischendurch den Widerstand, der Berg wird damit dann immer steiler. Auf der Zwei oder auch gerne auf der Eins mit den Armen oder mit den Händen. Starten mit einem guten Grundgewicht. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Spätestens jetzt euer Gewicht rein. Starten mit dem Moment. Vier Minuten bleiben. Vier Minuten legen das erste Mal nach. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. 23, klicken wir mal nach. Rechts links, rechts links, rechts links Rechts, rechts, links, rechts, links. So, die nächste Steigung legt nach. Hier auch wieder die Schultern tief, Ellbogen locker. Die Hand geht zum Stellrad, es wird schwerer. Zwei Minuten bleiben. Ihr spürt den Widerstand. Zwei Minuten bleiben. Zwei Minuten bleiben. letzte Minute, noch mal nachlegen einmal noch, es ist gut schwer langsam lösen oben angekommen genießt die Aussicht so, nun aber, ein paar Jumps, vier Minuten wenn es soweit ist, starten wir mit einem Achterwechsel rechts links, rechts links, rechts links, rechts links euer Gewicht ist wieder drin hier 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 links rechts, links rechts, links, rechts, links links Links, links, links. Starten in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und tief. 8, 7, 6, 3, 2, 1 und hoch. 8, 7, 6, 3, 2, 1 und tief. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hoch. 1 und T4 1 und T4 1 und T2 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 Tief hoch Tief hoch Tief hoch Tief hoch Tief hoch Let's Tief Langsam lösen. Und die nächsten gut fünf Minuten. Hier bauen wir noch ein paar Liegestütze ein, wechseln auf die Armposition. Rechts links, rechts links, rechts links, rechts links. Legt euer Gesicht rein. Links links, links 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 Kontrolliert euer Gewicht, wechselt die Eins, tap, 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 tap. Auf die drei, erste Runde Liegestell, tief, 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 tief. Locker, legt Gewicht nach. Eiffel, legt Halt. 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 Loh, Loh, Loh Loh, Loh Loh, Loh Loh, Loh, Loh 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 Kommt vor. Sof die Zweig. Kommt tief. So, die nächsten und letzten drei Belastungen, wir haben gute sieben Minuten, fahren auf den verschiedenen Positionen, mit ordentlichem Widerstand. Das Startgewicht ist drin. So, komm gleich hoch auf die zwei. Und los. 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 Auf die Drei. Und nachlegen. Musik. 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 Euer Römer Oh Auf die Pfeil und Kieb! Schlimmerat löst ein wenig! Drei Minuten bleiben! 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 4, 3, 2, 1 und tief. 4, 3, 2, 1 und hoch 4, 3, 2, 1 und tief 4, 3, 2, 1 und hoch 4, 1 und tief 4, hoch 4, tief hoch tief hoch tief hoch tief hoch bleibt auf die 3 fliegt nochmal nach hoch 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 3, 2, 3 3, 3, 4 3, 5, 5, 6, 7, 8 Letzte Belastung, nochmal mit Liegestütz, in die letzte Belastung geht es dann ohne Pause, Seb nimmt jetzt vielleicht noch einen Schluck, knapp 10 Minuten, legt euch ein schönes Gewicht rein, links, 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 links. Musik Komm, du, etwas nachlegen! Musik 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 Wechsel auf die drei! Musik 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 Keep, keep, keep Keep, keep, keep Luka Auf die zwei Keep 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 Tempo Gewicht erhöhen Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links Weis развитiv 2 Tempo raus Gewicht rein. Das darf gut schwer sein. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Etwas lösen. Und wieder hoch. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Auf die zwei kommt tief Temporausgewicht rein. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Jetzt ist es schön schwer. MAYBE LENGT 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 Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Wenn es geht, bleibt das Gewicht drin und kommt hoch, kommt! Die letzte Minute läuft! Die letzten 30! Kleinen Moment noch! Auf die zwei und tief lösen! Das war die letzte Belastung! Durchatmen! Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ich habe geschwitzt! Die letzte Minute läuft! Die letzte Minute läuft! Die letzte Minute ist großartig! Die letzte Minute ist großartig! Untertitelung des ZDF, 2020 Schön durchatmen. Schön durchatmen. Schön durchatmen. Wir werden langsamer. Das Gewicht ist raus. Wir richten uns auf. Stretchen uns noch eine Runde. Kommen wir immer mit den Schultern an. Reißen nach hinten. Wechseln nach vorne. Nochmal nach hinten. Letztes Mal nach vorne. Arme und Schultern locker. Ziehen die Schulterblätter nach vorne auseinander. Die Arme gehen nach vorne. Die Handflächen drücken ineinander. Das Kinn geht zum Brustbein. Zieht die Schultern auseinander. Jetzt lösen. Seiten wechseln. Nochmal die Handflächen ineinander drücken. Das Kinn geht zum Brustbein. Das Kinn geht zum Brustbein. Aber oben rein. Wenn das Kinn geht zum Brustbein. Zieht die Schulter Noch mal tief ziehen. Denkt an was hin. Stopp. Wir lösen. Machen uns lang nach oben. Streckt euch. Heute greift zuerst die linke und die rechte Hand. Wir dehnen uns nach links. Atmet schön dabei weiter. Lösen zurück zur Mitte. Seite wechseln. Noch mal dehnen. Hier zurück zur Mitte. Die Arme überaus nach unten. Lockern. Kommt hoch auf die drei. Die Ellbogen sind leicht gebeugt. Die Füße parallel zum Boden. Das vordere Knie gebeugt. Vom hinteren Fuß die Perse absenken. Kommt hoch auf die drei. Und dehnen. Und dehnen. Warte. Ihr könnt auch noch ein wenig die Hüfte nach vorne drehen. Noch hier lösen. Einmal nach vorne durchtreten. Vor den Knie wieder gebeugt. Hinten die Perse absenken. Und dehnen. Hinten die Perse absenken. So. Hier lösen. Kommt aus den Pedalen. Steigrafen. Machen wir noch mit dem rechten Oberschenkel weiter. Wir stehen auf dem linken Bein. Das Knie ist leicht gebeugt. Die Knie parallel. Oberkörper aufrecht. Wir hören das Lockern. Die Seite wechseln. Wir stehen auf dem rechten Bein. Das ist wieder leicht gebeugt. Die Knie parallel. Oberkörper aufrecht. Still stehen. Hier lösen. Lockern. Dann legen wir noch den rechten Fuß. Auf den Lenker. Die Knie tiefer. Das Knie bleibt gleich gebeugt. Rücken lang. Kommt nach vorne. Dehnt die Rückseite. So. Der Hinterseite. Am Oberschenkel ankommen. Und am Rücken. Das Knie durchdrücken. Lösen. Noch dann. Seite wechseln. Das Knie wieder leicht gebeugt. Die Rücken lang. Kommt nach vorne. Und dehnen. Lösen. Lockern. Seite wechseln. Linke Fuß aufs rechte Knie. Beide Hände ans Rad. Rechten Fuß aufs linke Knie. Geht tief. Gewicht auf der Ferse. Fußspitze gerne angezogen. So tief, dass ihr die untere Fußspitze noch sehen könnt. Und. Lösen. Lockern. Seite wechseln. Linke Fuß aufs rechte Knie. Geht tief. Lockern. Das dritte Atmen überlasse ich euch selbst. Ich weiß nicht, wie viel Platz zu Hause ist. Wie die letzten Male auch. Ich sag vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Bis dann. Machs gut.